hallo meine lieben freunde willkommen zurück zu minecraft sky chunks ja wir sind noch zu hause bei unserem roten fliegenpilz bei unserer pilz base und heute habe ich überlegt machen wir mal da drüben die hexenhütte und versuchen vielleicht darüber zu kommen oder darüber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher den tempel haben wir das letzte mal gemacht hat richtig schön gemacht und ja das möchte ich heute gerne vermeiden und dann schauen wir jetzt mal dass wir darüber kommen oder doch wir gehen zuerst darüber ja ja ich rede noch davon ich brauche eine werkbank die ich mitnehmen kann und dann lasse ich sie stehen ich bin schon heldenhaft manchmal heldenhaft ich weiß auch nicht wenn mein kopf nicht angewachsen wäre würde ich den auch noch vergessen da ist eine werkbank die die lasse ich hier ja was denn ich habe nichts zum essen mehr ich brauche dringend was zum essen freunde rück mal was zu futtern raus hier na gut dann schauen wir jetzt dass wir darüber kommen ja ok schmeißen hilft ja nicht viel müssen bauen bauen so wir nehmen jetzt die kohle auf jeden fall mit die können wir sehr sehr gut gebrauchen die ist für uns von sehr großer bedeutung na komm her so ist gut so ist gut so ist gut ok das war jetzt alles nur die eine spinne und phantom ja ganz toll das ist nicht gut das kommt davon weil man nicht schlafen kann mann ich brauche immer noch was zum essen ja ok ja hier gibt es gerade leider nicht viel für uns zu holen schade schade aber dann würde ich sagen ja gehen wir mal wieder hier runter und gucken mal ob wir nicht vielleicht so ein bisschen was entdecken können vielleicht irgendwas hier so unter der erde was hilfreich sein könnte ach da ist eisen auja eisen ist schon mal gut eisen ist schon mal gut nur eins hätte ruhig mehr sein dürfen ja ne ist klar zockte an creeper um am heimig ein creeper mann der hoffentlich fliegen kann oder auch nicht ja dann machen wir das ebenso dann machen wir das ebenso hoch 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 so und so und so und da war ja noch mehr irgendwo dann können wir uns doch ein bett machen ich bin mal ich habe drüben schon ein paar spinnfäden dann machen wir uns ein bett so ey ich habe genug fäden schaut euch ja ok meine herren du meine herren ich mache es mir manchmal echt selber schwer ne ne warte wie war das wolle 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 ah so war das ja perfekt und jetzt tak 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 und rak tak tak sagt nichts sagt einfach nichts ah man jetzt aber so wie schaut es da aus ok prima so und jetzt aber respawn point festgelegt perfekt ja meine freunde aber ich würde sagen für heute wäre es das dann auch schon wieder wir haben da steht ein da steht ein da steht ein Lama wieso steht wo kommt das Lama her ähm ok ich weiß es nicht ist auch egal genau wir haben auf jeden fall zwei weitere chunks heute erschlossen einmal hier drüben das hexenhäuschen mit den fröschen hier drüben den dschungel und ja äh äh wir haben jetzt leider nichts großartiges entdeckt aber vielleicht dann beim nächsten mal wieder wenn euch das video gefallen hat freue ich mich wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst wenn ihr neu dabei seid dürft ihr gerne kostenlos meinen Kanal abonnieren und ja wie gesagt ich freue mich euch auch beim nächsten mal wieder hier begrüßen zu dürfen bis dahin macht's gut habt eine schöne zeit halte die ohren steif bleibt mir treu und ciao ciao ja 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 ja